und ihn hinzumachen. Das war Salva, Pressdruckmanager. Hallo Leute! Vielleicht ging es euch ja auch schon mal so, dass ihr während des Fluges oder gerade im Landanflug tierische Ohrenschmerzen bekommen habt. Und wenn ja und ihr wissen wollt, was ihr dagegen tun könnt, dann bleibt jetzt dran, denn darum geht es im heutigen Video. Damit wir im Flugzeug atmen können, wird ein künstlicher Luftdruck erzeugt. Und das ist vergleichbar mit einem 2500 Meter hohen Berg. Und wenn wir dann landen, dann müssen wir natürlich einen Druckausgleich machen. Und wenn ihr jetzt erkältet seid und dieser Ausgang quasi nicht frei ist, dann kommt es zu Schmerzen. Dass die Ohren im Landanflug zugehen, ist ganz normal. Und normalerweise reicht es da schon einmal die Nase zuzuhalten und dagegen zu pusten. Also so. Und da gehen die Ohren auf. Das nennt sich übrigens Valsalva-Bressdruck-Manöver. Ein ziemlich lustiger Ausdruck, finde ich. Und das reicht normalerweise schon aus. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger und die Ohren gehen erst wieder am Boden auf. Aber das ist an sich kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn ihr Schmerzen bekommt. Und falls ihr jetzt erkältet seid und fliegt, dann kann es wirklich sein, dass ihr Schmerzen haben werdet. Je nachdem, was auch hier verstopft ist. Also wenn eure Stirnhüllen verstopft sind, dann kann es sein, dass es hier richtig reinzieht und sticht. Und ich hatte auch schon, dass es hinter den Augen gestochen hat. Und das ist richtig, richtig unangenehm. Ich dachte wirklich, mir platzt mein Auge. Weil ich damals nicht wusste, was es ist. Und das liegt einfach daran, dass hier die ganzen Nebenhöhlen und die ganzen Hohlräume quasi verstopft sind. Und dann die Luft nicht abgelassen werden kann. Und das führt eben zu diesen wahnsinnigen Schmerzen. Das kann sehr, sehr unangenehm werden und richtig schmerzhaft. Und damit ist auf gar keinen Fall zu spaßen. Denn im schlimmsten Fall kann euer Drommelfell reißen. Und falls das passiert, dann seid ihr als Flugbegleiter fluguntauglich. Und wenn ihr dann fluguntauglich seid, könnt ihr nie wieder fliegen. In manchen Fällen kann man wohl das Drommelfell wieder zunähen. Aber da kenne ich mich leider nicht aus. Abgesehen davon sind es einfach wirklich Höllenschmerzen. Ja, damit ist halt wirklich überhaupt nicht zu spaßen. Und deswegen rate ich euch auch, wenn ihr eine Erkältung habt, dann bleibt daheim, meldet euch krank. Ich weiß, es ist blöd, weil man denkt sich so, hey, ich habe nur eine Erkältung und so schlimm ist es nicht und ich fühle mich körperlich auch nicht schlecht. Warum soll ich also nicht arbeiten gehen? Aber wenn ihr das einmal erlebt habt, dann wisst ihr warum. Und das ist auch schon Kollegen passiert. Also, das darf man wirklich, wirklich nicht unterschätzen. Wenn ihr jetzt aber in Urlaub fliegt, dann möchtet ihr euch natürlich nicht krank melden. Und wenn es gar nicht anders geht, dann habe ich jetzt hier ein paar Tipps für euch. Und zwar Tipp Nummer 1, Nasenspray. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Nasenspray wird euch helfen. Und ja, es werden vielleicht viele sagen, dass es ungesund ist und dass man da süchtig wird und bla bla und so. Aber ganz ehrlich, Nasenspray wird, wenn ihr Flugbegleiter werdet, euer bester Freund. Sobald ihr merkt, dass hier was zugeht, benutzt Nasenspray. Es wird euch helfen. Und ich mache es immer so, wenn ich jetzt wirklich erkältet bin und fliegen muss aus irgendeinem Grund, dann nehme ich meistens vorher noch eine Aspirin-Komplex, denn auch die sorgt dafür, dass die Atemwege frei werden. Und danach benutze ich ständig Nasenspray. Nicht erst bei der Landung, sondern schon weitaus vorher. Denn wenn ihr hier wirklich verstopft seid, dann reicht es nicht, wenn ihr euch nur mal kurz vor der Landung was reinsprüht, sondern ihr müsst wirklich vor dem Flug und während dem Flug immer wieder sprühen und sprühen und sprühen, sodass es wirklich komplett frei wird. Und mit der Methode habe ich es wirklich schon echt geschafft, komplett schmerzfrei durch die Flügel zu kommen und das, obwohl ich mega stark erkältet war. Also das geht dann schon. Ich würde das Risiko nicht eingehen, wenn ich es nicht muss, aber falls es wirklich nicht anders geht, wenn ich jetzt irgendwo bin und muss nach Hause, dann mache ich das so. Und das hilft auf jeden Fall. Nasenspray ist wirklich so die erste Geheimwaffe für diesen Fall. Und deswegen rate ich euch auch, nehmt euch immer, wenn ihr fliegt, ein Nasenspray mit. Das passt perfekt in den kleinen durchsichtigen Beutel und dann habt ihr es einfach dabei. Denn vielleicht geht es euch ja mal wie mir damals, dass ich nicht wusste, dass ich überhaupt erkältet bin und habt dann die Schmerzen erst während dem Flug und dann wird euch das Nasenspray auch helfen. Ja, das ist schon mal die eine Sache. Dann der zweite Tipp ist eben die Aspirin-Komplex. Aspirin-Komplex ist natürlich auch nicht gesund, das ist klar, aber wenn es wirklich nicht anders geht, es wird euch helfen, die Atemwege frei zu machen und ihr werdet euch sowieso besser fühlen dadurch. Der nächste Tipp, der ist wahrscheinlich eher was für Kinder, denn Kindern würde ich jetzt wahrscheinlich keinen Nasenspray geben. Es gibt eine Methode und zwar nehmt ihr da einen Becher, den ganz normalen Becher vom Service und in diesen Becher kommen mit lauwarmem Wasser übergossene Papiertücher. Vorsicht, die sollten nicht heiß sein, denn sonst verbrennt man sich. Einfach lauwarm oder einfach heißes Wasser nehmen und es dann ein bisschen stehen lassen und diesen Becher kann man sich dann so übers Ohr stülpen. Der warme Dampf kann die Ohrröhre ein bisschen entspannen und es lindert auch die Schmerzen. Ich kann euch nicht garantieren, dass es funktioniert, denn es gibt Passagiere, denen hat es geholfen und es gibt Passagiere, denen hat es nicht geholfen. Die Todsicherer-Variante für mich ist immer noch Nasenspray, aber falls ihr das nicht nehmen wollt oder es sich wie gesagt um Kinder handelt, dann ist das mit dem Becher vielleicht eine gute Idee. Was mich neulich ein bisschen gewundert hat, ich hatte einen Flug mit der und neben mir saß eine vierköpfige Familie und die Mutter hatte wohl auch eine starke Erkältung. Sie kam schon an Bord und meinten dann zu den Flugbegleitern, dass sie gerne einen Becher hätten mit dem heißen Papiertuch drin. Und irgendwie wussten die Flugbegleiter nicht so wirklich, was gemeint ist. Sie hat dann ihren Kollegen gerufen, der auch nicht wusste, was gemeint ist. Dazu kam noch, dass die beiden kein Deutsch gesprochen haben und auch Englisch nicht ihre Muttersprache war. Ich weiß nicht, woher die beiden kamen. Dementsprechend gab es dann total die Kommunikationsprobleme. Also irgendwie hat die Familie, der Vater dann versucht, den beiden Flugbegleitern das zu erklären. Die wussten aber nicht, was gemeint ist. Und er hat es gut erklärt. Er hat es wirklich gut erklärt, aber die beiden wussten trotzdem nicht, was gemeint ist. Und ich saß nebendran und habe irgendwann gedacht, boah, ich würde mich jetzt echt gerne einmischen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ja nicht gearbeitet habe. Aber ich dachte mir so, das kann jetzt wohl nicht sein, dass die nicht wissen, was gemeint ist. Und dann haben sie eine dritte Kollegin gefragt, die dann aber auch nicht wusste, was gemeint ist. Und erst die vierte hat dann irgendwann diesen Becher gebracht. Also wirklich ein bisschen anstrengend. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo liegt hier das Problem? Liegt das Problem jetzt gerade an der sprachlichen Barriere oder liegt das Problem jetzt darin, dass die Flugbegleiter ein bisschen auf dem Schlauch stehen? Oder haben sie von der Methode vielleicht noch nichts gehört? Auf der anderen Seite muss ich sagen, die gute Frau meinte nämlich dann, dass sie schon auf dem Hinflug einen Becher bekommen hätte. Und ich dachte mir so, wenn du so erkältet bist, dann bring dir doch Nasenspray mit. Und wenn ich krank bin, dann kann ich das auch googeln. Fliegen mit Erkältung zum Beispiel. Und dann kriege ich auch solche Tipps. Irgendwie würde ich doch dann dafür sorgen, dass ich selbst Nasenspray dabei habe. Denn ganz ehrlich, diese Bechermethode ist auch nicht unbedingt immer so hilfreich. Wie schon gesagt, es gibt Passagiere, bei denen hilfst es gar nicht. Und deswegen, also ich habe mich dann echt so ein bisschen gewundert. Es war dann ein bisschen komisch jedenfalls. Letztendlich hat sie den Becher dann noch bekommen und war dann glücklich. Ich dachte am Anfang, es handelt sich um die Kinder und deswegen habe ich mich auch noch nicht so über die Frage mit dem Becher gewundert. Aber als es dann darum um die Frau ging, um die Mutter, dachte ich schon so, okay. Naja, auf jeden Fall habe ich nichts gesagt, mich nicht eingewischt. Aber ich war kurz davor, die Flugbegleiter ran zu holen und zu sagen, ja die meinen das und das mit dem Becher. Und weil es dann irgendwie, es ist immer so, man sitzt da, ich glaube das ist so eine Berufskrankheit, wenn man dann als Passagier fliegt und dann gewisse Dinge mitkriegt, dann würde man am liebsten selbst alles machen. Mir geht es auch zum Beispiel vorläuft so, dass ich durch den Flieger gehe und am liebsten alle Bins zu machen will und mir ist das auch schon passiert, dass ich Bins zu gemacht habe, obwohl ich als Passagier geflogen bin. Voll komisch. Und auch wenn dann einer den Rufknopf drückt, bin ich jedes Mal wach und sitze so da, weil ich jedes Mal merke so, oh, okay. Man ist es einfach so gewohnt, wenn der Rufknopf gedrückt wird, voll auf Alarm zu sein und irgendwie kann man das nicht so abstellen. Ja, also mein Tipp an euch, wenn ihr erkältet seid, dann nehmt euch auf jeden Fall Nasenspray mit und denkt dran, falls ihr Nasenspray vergessen habt, ist es aber kein Problem, denn wir haben das auch an Bord. Und zwar gibt es da so kleine Einmal-Nasensprays von Otreven zum Beispiel und die geben euch die Flugbegleiter auch gerne. Was Schmerztabletten und so weiter angeht, ist es nicht so. Klar, es gibt auch Schmerztabletten an Bord, aber die sollte man nur im Notfall rausgeben und das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Bei Nasenspray sieht das anders aus. Da hat kein Flugbegleiter was dagegen, euch das zu geben. Wenn ihr es also vergessen habt, dann fragt ruhig nach. Ihr müsst diese Schmerzen nicht aushalten und fragt auch ruhig schon vorm Flug nach, damit ihr schon während dem Flug euch immer wieder Nasenspray reinmachen könnt. Denn wie gesagt, ansonsten kriegt ihr die Nase nicht so schnell frei, wenn ihr erst bei der Landung anfangt und erst anfangt, wenn die Schmerzen schon nicht mehr auszuhalten sind. Dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Ich hatte auch mal den Fall, dass ich keine Schmerzen bei der Landung hatte, sondern in der Luft. Also wir sind, ich bin auf dem Layover irgendwie ein bisschen krank geworden, ich habe mich erkältet. Wir sind am nächsten Tag von Palma drei Lecks geflogen. Irgendwie von Palma, dann was Innerspanisches und dann noch nach Deutschland. Und jedes Mal, wenn wir in die Luft gingen, ging mein Kopf komplett zu, meine Ohren gingen zu und ich war wie in so einer Blase. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich unter Wasser. Richtig ekelhaft war das und dadurch, dass die Ohren zu waren, habe ich auch ein bisschen Gleichgewichtsstörungen gehabt und ich habe mich wirklich total schlecht gefühlt da oben. Ich habe zwar den Service ganz normal mitgemacht, aber ich war so, wie nicht da? Also war ganz, ganz seltsam. Und auch das Laufen im Flieger war total schwierig, einfach dadurch, dass der Gleichgewichtssinn so gestört war. Ja, und jedes Mal, wenn wir gelandet sind, wurde es besser und sobald wir wieder in die Luft sind, wurde es wieder schlimmer. Also das war eine sehr interessante Erfahrung. Es war nicht so schmerzhaft, wie wenn jetzt wirklich die Ohren bei der Landung zugehen und man hier diese Stiche spürt, diese Nadelstiche in der Stirn oder in den Augen oder eben hier. So war es nicht. Ja, aber es war trotzdem super, super unangenehm. Damals habe ich allerdings, glaube ich, kein Nasenspray genommen. Warum auch immer. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich bin jetzt auch viel, viel vorsichtiger. Ich muss sagen, in meiner Anfangszeit in der Fliegerei war ich wesentlich unvorsichtiger und wahrscheinlich wird es euch auch so gehen. Ihr werdet merken, im Training hört ihr das, was ich jetzt hier gesagt habe, auch nochmal und jeder wird euch sagen, wenn ihr krank seid, seid ihr krank und ihr meldet euch krank, wenn ihr erkältet seid, dann ist es sehr, sehr, sehr gefährlich und ihr werdet euch denken, ja, ja und man meldet sich dann nämlich nicht krank wegen der Erkältung. Aber wenn ihr das dann einmal hattet und ihr diese Schmerzen durchgemacht habt, dann werdet ihr euch daran erinnern an eure Schulung und soll euch wahrscheinlich denken, okay, sie hatten recht, wir sollten uns krank melden, wenn man Schnupfen hat. Und auch wenn es richtig doof ist, weil man jeden anderen Job wahrscheinlich machen könnte und in ein Büro immer noch gehen würde, weil man sich einfach nicht schlecht fühlt, aber in der Luft ist es anders und generell muss ich sagen, jede Krankheit, die ihr habt, wird da oben schlimmer. Alles, was ihr habt, seien es Bauchschmerzen oder eben Schnupfen, es wird euch da oben viel, viel schlechter gehen als hier unten. Deswegen, auch wenn ihr eine Erkältung habt und denkt, ihr habt die auskuriert, hängt nochmal zwei Tage dran, denn erst dann habt ihr es wirklich auskuriert. Es ist auch so, dass man sich dann wieder gut fühlt und denkt, jetzt gehe ich wieder arbeiten, los geht's und dann ist man in der Luft und denkt, oh Mist, okay. Nur weil es am Boden schon wieder gut ist, heißt das nämlich nicht, dass es da oben auch noch gut ist. Also das ist wirklich was, mit dem man echt vorsichtig sein muss und ich hoffe, meine Tipps können euch vielleicht weiterhelfen beim nächsten Flug, falls ihr da mit Erkältung fliegen solltet oder euch die Ohren zugehen. Für alle, die einfach ganz normale Druckausgleichsprobleme haben und die Ohren bei Start und Landung normal zugehen, ohne Schmerzen zu haben, da reicht es natürlich, Kaugummi zu kauen oder eben den hier zu machen. So. Genau. Und Gämen hilft natürlich auch in dem Fall. Falls ihr aber Schmerzen habt, dann denkt ans Nasenspray und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und war informativ für euch. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf, sie in den nächsten Videos zu beantworten und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.